Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Hier ist der Danger Seeker. Moin Leute, wie geht's euch? Alles klar soweit? Ob hier alles klar ist, weiß ich noch nicht so genau. Ich hänge schon wieder an einem Grashalm fest und deswegen muss das Ding einfach mal weichen, weil ich es kann. Und ich kapiere immer noch nicht, dass es keine Foundations gibt. Das ist doch echt merkwürdig, oder Leute? Ich spiele das nicht. Ich spiele das nicht. Nicht so ganz. Naja, wie dem auch sei. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da irgendwas übersehe. Achso, wo wäre ich denn jetzt eigentlich gerade hin? Weiß ich auch nicht so genau. Ähm. Rüstung, ja. Stell ein Stück an der Rüstung. Welche Rüstung hat er ja nicht gesagt, ne? Oh, Fleisch! Verweil! Naja. Habt ihr da noch was? Mit dem Marienkäfer liegen wir nicht an? Weiß ich auch nicht, hab ich irgendwie Schiss. Was ist das denn? Eine Larve, kann ich da nicht was rausholen? Ausholen. Mehr. Larve, Stachel, das war's. Aber... Aber es fehlt immer noch meistens für die Rüstung. Was stand da noch? Ah, hab ich schon wieder vergessen, ne? War egal. Nichts sammeln. Mist. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab keine Ausdauer. Und Säuredrüse hab ich gesammelt. Ja, das muss ich erst mal untersuchen gleich. Das nützt ja nix, Leute. Nochmal zur Base. Uh, kleine Blattler. Das hab ich gesucht. Läusefleisch mit, ist doch klar. Gucken, was man mit diesen Stacheln machen kann. Und mit dieser Säuredrüse. Vielleicht ein paar coole Waffen. So, analysieren wir doch mal das Ganze. Ja. Larvenstachel. So, 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 so. Science! Äh, Lava Banddeko, Flüssigezorn, Larvenklinge. Das klingt gut. Und gib noch ein Beiden Hirnschmalz. Haha. Wir sind ja klug, Leute. K-L-U-K, ne? Wisst ihr Bescheid? Käfergummi. What the fuck? Na gut. Käfergummi. Wie spät ist das? Viertel nach vier. Es wird jetzt schon halbwegs dunkel. Oh. Was zu trinken. Wie bringt das nicht so viel? Nimm diese Tropfen hier drin? Ne. Naja. So. Oh. Ja. Rüstung bauen. Ey. Keine Ahnung. Was ist das da hinten? Achso. Auch so ein Rüsselding. Wenn denn auch mal in die Werkbahn gucken. Ja. Sorry, Leute. Nochmal zurück. So. Irgendwie ein Teil einer Rüstung craften können. Oh. 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 Muss gehen. Ah. Madenhaut. So heißt das. Keine Ahnung. Oh. Oh. Wo habe ich keine roten Ameisenhand craften? Ah. Wo ist das? Da. Wie kann ich das auslusten? F. Oh. Oh. Wo ist das? Wo ist das? Oh. Oh. Was ist das? Klasse. Plus 3. Oh. Okay. So. Und nun? Warum wir jetzt das Überleben? Keine Ahnung. Bin noch zu wach. Kann das seit 8.00 Uhr pennen. wird ja langsam dunkel Leute. Den dunkeln hier rum wären, das macht ja nicht wirklich Spaß. Was machen wir denn noch bis 18 Uhr? So, was kann ich mir denn noch leisten? Na ja, gucken wir mal, kochende, kombiniere verschiedene Zutaten. Gut, die Speise, Angriffsausdauer. Behergeschossige Basen, solider Boden, noch als halbe Decke nutzen. seht ihr mal den boden ja kaufen diese noch ques ließe die weg markierung ab challenge schlucht erstellen sprosslingsbogen noch mal ein bogen her das sollte doch nicht so schwer sein oder sprosslingsbogen da liegen pelz augen ist verflucht kriegen wir den fliegenpelz her da brauchen auch schon wieder madenhaut mann haut dann irgendwie kräften leute kräften weste nicht in wagen jetzt sollte ich mal die seine schaufel machen eckenschale dafür kiesel hammerchen kurbes seil machen wir mal so nein guck dir das an jetzt jetzt können boden herstellen und alles war noch mehr sachen all das schwede was denn alles wow ich gleich mal holen sollen so ein mist er guckt es an jetzt haben wir noch den gras boden so ein shit so was habe ich einmal hergestellt dann müssen wir meine eichel zerklappen nicht jetzt wieder zu einer ahnung nicht wieder spät oh ja ich schlafe bis zum morgen punkt 6 klingel der weg das ist gut wie soll ich denn fliegen bitte ohne erledigen können kann mir das mal jemand erklären auch tropfen auch da ist es was ist das so eine scheiße wasser gefallen oder wird da hinten noch eine was kann man hat jetzt herstellen das war ein schluck kaffee so so ja gut leute war es dann erstmal für diese folge die muss jetzt leider ein bisschen kürzer sein die nächste wird dafür ein bisschen länger versprochen geht jetzt nicht anders vielen dank fürs zuschauen auf jeden fall falls euch diese serie gefällt lasst doch bitte einen daumen nach oben da oder schreibt mir die kommentare wie euch das gefällt es würde mich auch freuen zu hören oder was man besser machen kann dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin machts gut leute ja 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 ja